Ernst Eickhoff war ein deutscher Fußballspieler. Ernst Eickhoff war Mittelläufer, was dem heutigen Innenverteidiger entspricht. Er spielte von 1911 bis 1930 in der Ligamannschaft des SC Viktoria Hamburg. Vereinsspiele Eickhoff spielte während seiner gesamten Karriere für den SC Viktoria Hamburg. Dies umfasste die Zeitspanne zwischen 1911 und 1930. In dieser Zeit bestritt er für die Viktoria mindestens 413 Partien. Nach 1930 spielte er noch bis 1942 bei Seniorenteams der Viktoria. Er galt als untadeliger Sportsmann. In seiner Karriere wurde er nur ein einziges Mal vom Platz gestellt. Dies war am 28. September 1919 bei der Partie gegen den HSV, als er durch eine Gemeinheit des Halblinkenschneider provoziert wurde. Aus Wahlspiele Ernst Eickhoff debütierte erst vier Tage nach seinem 31. Geburtstag am 10. Mai 1923 in der deutschen Fußballnationalmannschaft. In seiner Heimatstadt Hamburg im Stadion Hohe Luft waren die Niederlande der Gegner bei einem Torlosen unentschieden. Sein Vereinskamerad Henry Müller spielte auf der linken Verteidigerposition. Am 3. Juni 1923 bestritt er beim 2-1-Sieg in Basel gegen die Schweiz sein zweites Länderspiel. Zusammen mit den zwei Nürnbergern Seitenläufern Karl Riegel und Hans Schmidt bildete er die Läufereihe. Sein letztes Länderspiel absolvierte Ernst Eickhoff am 12. August 1923 in Dresden, als gegen die Finnland 1-2 verloren wurde. Er führte die ohne Vierter Spieler angetretene Mannschaft als Spielführer an. Der schnauzbärtige Hamburger war ein Mittelläufer alter Schule. Bereits am 8. Februar 1914 vertrat er mit seinem Vereinskameraden Adolf Gertz die Farben von Norddeutschland im Halbfinale gegen Brandenburg in Hannover. Das Spiel wurde mit 3-2-Toren gewonnen und auch das Finale zwei Wochen später konnten Eickhoff und seine Mitspieler für sich entscheiden. In der Runde 1923-24 qualifizierte sich Norddeutschland mit Mittelläufer Ernst Eickhoff mit einem 4-2-Erfolg nach Verlängerung im Halbfinale erneut für Das Finale Süddeutschland setzte sich darin aber mit 4-2-Toren durch. Bis 1926 brachte es Eickhoff auf zwölf Spiele in den Bundespokalspielen für Norddeutschland. Insgesamt kam er 27-mal für den NFV zum Einsatz. Besonderheit Der Kaufmann stammte aus einer hanseatischen Fußballerfamilie. Sein Bruder Otto Tulle Eickhoff stand jahrelang im Viktoria-Team, spielte auch repräsentativ für Hamburg und war zudem ein bekannter Schiedsrichter, der das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1906 leitete. Bruder Willi zeichnete sich als Torhüter aus. Ernst Eickhoff verdanken Fußballhistoriker heute etliche persönliche Aufzeichnungen, darunter seltene Statistiken, sowie die einzige erhaltene Eintrittskarte zum Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1903 in Altona, das er als elfjähriger Schüler besucht hatte.